Als Menschen in unserer westlichen Welt denken wir, wenn man alles richtig macht, hat man keine Schwierigkeiten. Wenn man sich in allem richtig verhält, dann hat man keine Probleme. Schwierigkeiten sind ein Zeichen dafür, dass man etwas falsch gemacht hat. Stimmt's? Die Bibel sagt uns ganz etwas anderes. Wenn wir in die Bibel schauen, stellen wir fest, dass Leute, die es richtig gemacht haben, häufig in Schwierigkeiten kamen. Schwierigkeiten sind nach dem Verständnis der Bibel keinesfalls ein Zeichen dafür, dass wir es falsch gemacht haben, sondern vielleicht sogar gerade ein Erweis dafür, dass wir es richtig gemacht haben. Das beste Beispiel ist zweifellos Jesus. Jesus hat alles richtig gemacht, hat nichts falsch gemacht und er hatte größte Schwierigkeiten, allergrößte Schwierigkeiten, bis hin, dass er hingerichtet wurde. In der Urgemeinde, sie haben alles richtig gemacht und sie kamen in größte Schwierigkeiten. Die Jünger, die Apostel, sie haben alles richtig gemacht und sie haben immer mit größten Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt. Schwierigkeiten waren wie ein Beweis dafür sogar, dass sie richtig vorwärts gegangen sind mit dem Herrn. Weil sie vorwärts gegangen sind mit dem Herrn, weil sie es richtig gemacht haben aus den Augen Gottes, deshalb tauchten diese Schwierigkeiten auf, deshalb dieser Kampf, deshalb diese Probleme. Ganz deutlich bringt Paulus das auf den Punkt. Er macht eine Liste von Schwierigkeiten und sagt, hallo, damit empfehle ich mich. Das ist wie ein Beweis dafür, dass ich mit dem Herrn gut vorwärts gegangen bin als Diener Gottes. Das ist eine ganz interessante Sichtweise. Ich lese dir das mal vor. Er sagt, in allem empfehlen wir uns als Gottesdiener. In vielem Ausharren, in Bedrängnissen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Tumulten, in Mühen, durch böse Nachrede, als Unbekannte, als Sterbende, als Gezüchtigte, als Traurige, als Arme, als Nichtshabend. Diese Liste von Schwierigkeiten, sagt er, das ist eine Empfehlung für mich. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin ein Diener Gottes. Denk einmal über deine Schwierigkeiten nach. Vielleicht sind es Dinge, die deshalb auftauchen, weil du mit dem Herrn gut vorwärts gehst. Sieh die Schwierigkeiten nicht als etwas an, was einer weiß ist, dass du falsch gehandelt hast, sondern vielleicht gerade dafür, dass du richtig handelst und mit dem Herrn vorwärts gehst. Da ist der Feind, der Kampf, da ist etwas, was dich aufhalten will. Und du sollst weitergehen und hinübergehen und in das hineingehen, was der Herr für dich hat. Denk einmal über deine Schwierigkeiten in deinem Leben nach. Vielleicht ist das gar nicht so schlecht. Vielleicht sind das Kämpfe, die du zu überwinden hast, damit du irgendwann auch so eine Liste hast, wie Paulus und sagen kannst, hier, ich kann mich empfehlen. Ich bin durch das und das und das und das hindurchgegangen, siegreich hindurchgegangen mit dem Herrn. Schwierigkeiten als Zeichen guten geistlichen Vorangehens. Denk mal drüber nach. Ich glaube, Gott hat mehr für dich.